In der heutigen Geschichte erzähle ich Ihnen von einer brasilianischen Athletin namens Ingrid Oliveira, zwölffache brasilianische Meisterin, dreifache südamerikanische Meisterin. Und Sie werden auch erfahren, in welchem Skandal sie zur Heldin wurde. Ingrid wurde am 7. Mai 1996 in Rio de Janeiro, Brasilien, geboren. Sie begann im Alter von 8 Jahren mit dem Tauchen und verliebte sich schnell in den Sport. Beharrlichkeit im Training und die Hilfe des Trainerteams des Vereins, in dem sie trainierte, ermöglichten es ihr, schnell erfolgreich zu sein und auf nationaler Ebene an Wettkämpfen teilzunehmen. 2013 nahm Oliveira an ihren ersten FINA-Weltmeisterschaften in Barcelona, Spanien, teil. Sie belegte im 10-M-Blauf den 12. Platz, was für eine 17-jährige Athletin ein beeindruckendes Ergebnis war. Oliveira verbesserte ihre Tauchfähigkeiten weiter und gewann 2014 ihre erste internationale Medaille, Bronze, bei den FINA-Tauch-Weltmeisterschaften in Shanghai, China. 2015 nahm Oliveira an den Panamerikanischen Spielen in Toronto, Kanada, teil, wo sie eine Silbermedaille gewann. Sie nahm auch an den FINA-Weltmeisterschaften in Kazan, Russland, teil, wo sie im Tauchen den 5. Platz belegte. Dies ebnete ihr den Weg zu den Olympischen Spielen. Doch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro lief es nicht nach Plan. Oliveira wurde in einen Sexskandal verwickelt, indem sie gegen die Regeln des Olympischen Dorfes verstieß. Und ihre eigene Freundin und Partnerin im Synchronspringen von einer 10-Meter-Plattform, Giovanna Pedrosa, kam daran vorbei. Später, in einem Interview, deutete Ingrid selbst an, dass ihre Freundin einfach eifersüchtig auf sie sei. Trotzdem nahmen Oliveira und Pedrosa immer noch am Doppelwettbewerb teil, belegten jedoch den letzten Platz und beschlossen, nie wieder zusammen anzutreten. Damals war Ingrid 20 Jahre alt. Nach den Olympischen Spielen beschloss Oliveira, eine Wettkampfpause einzuliegen, um sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Sie kehrte 2018 zurück, als sie an den FINA-Tauch-Weltmeisterschaften in Wuhan, China, teilnahm. Wobei sie beim Springen von einem 10-Meter-Turm den siebten Platz belegte. 2019 nahm sie an den FINA-Weltmeisterschaften in Gwangju, Südkorea, teil und belegte den achten Platz. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio zeigte Oliveira ein gutes Ergebnis, konnte sich aber nicht für das Finale qualifizieren. In Bezug auf ihr Privatleben ist Ingrid sehr verschwiegen und teilt selten Details mit. Es ist bekannt, dass sie derzeit mit dem brasilianischen Turner Thomas Rodriguez liiert ist und ihre Freizeit am liebsten mit ihren Freunden und ihrer Familie verbringt. Außerdem liebt sie es zu reisen, zu lesen und Musik zu hören. In zahlreichen Interviews sprach Oliveira über die Gegenreaktion, die sie nach dem Skandal erhielt, und wie sich dies auf ihre Karriere auswirkte. Oliveira dankte auch ihren Fans für ihre Unterstützung in einer schwierigen Zeit. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, hat sich Ingrid zu einer der besten brasilianischen Taucherinnen entwickelt und ist ein inspirierendes Beispiel für Belastbarkeit und Entschlossenheit. Neben ihrem Poolerfolg ist Oliveira auch eine aktive Umweltschützerin. Sie war an verschiedenen Initiativen beteiligt, um den Planeten zu schützen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Umweltschutzes zu schärfen. Ingrid Oliveira ist ein großes Vorbild für junge Menschen auf der ganzen Welt. Sie ist ein Beweis dafür, dass harte Arbeit und Hingabe trotz schwieriger Umstände zu bemerkenswerten Leistungen führen können. Ihre Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass wir sie immer überwinden und unsere Ziele erreichen können, egal welche Herausforderungen uns das Leben stellt. Schreibe in die Kommentare, von wem du die nächste Geschichte hören möchtest. Abonniere den Kanal, hier wird über Sport gesprochen. Abonniere den Kanal